moin sind meine freunde und herzlich willkommen zurück zum kebab simulator mit danni und wolfie da hinten sitzt am rumtoben dann hier rennt durch die küche wie ein verrückter er sucht essen vorbereitet dann ist die wolfie ist da an der knetmaschine macht ein paar brezel und ich richtig und ich die shoppen so das einzige was ich kann das geld rein und er gibt es aus genau so muss das sein so dann immer mal ich weiß ich 20 chili reichen die das ja gut dann immer mal grüne meine güte frosch im hals hier und knobloch sagt nimmer auch mal 200 macht klappe zu so 13 bis 7 sekunden haben wir heute da wären wir aber in drei minuten fertig die gerüchte die ich hier drin kann sein ja wir haben bestimmt noch nicht alle rein gemacht so hähnchen muss auf jeden fall rein so was haben wir denn noch habe ich gerade gemacht die suppe ist leer dafür machen wir jetzt diese rot dinge so moment käsekuchen muss auch wieder mit rein davon haben wir auch noch mehr als genug so diese wie heißt das zu rex suppe zu rex suppe was haben wir denn sonst doch hier im kühlschrank die scheckerpaare die machen wir noch die sind zwar voll aber wir haben davon noch elendlich viele lasse ich mal bisschen ducken okay waffles haben wir auch noch genug die ballern wir auch rein aber mehr als genug so sieben gerichte bisher wisst ihr was ich mach nochmal diese blöde suppe die geht eigentlich immer schnell und gut weg und gut dann sucht ihr euch noch mal irgendwas aus genau ich habe mir jetzt mal die suppe hier aufs genau so die brote habe ich gemacht abgerundetes brot schneiden okay ja dann machen wir das doch mal ich muss es direkt schneiden gut dann schneiden wir das doch mal das springt da wie so ein blummi das sieht ja knuffig aus den letzten der vier ich hoffe die vier reichen auch ich meine das sind 16 portionen irgendwie so angeblich hätte ich etliches über den herz keksen vergessen ja das hat diese wachs da drinnen das ist ganz ganz schlimm aber ich weiß dass alles drin ist na dann ist gut dann nehmen wir jetzt mal den kochtopf ihr nervt ein bisschen hier vorne ihr jungs und mädels so 1,2 liter wasser rein 1,21 ist jetzt drin der mist ah nicht so tellerchen und auf den teller oh hier steht ja noch ein teller so was brauchen wir zwiebel zwiebel knoblauch okay Karotten Karotten da oben sind die Karotten auch nur eine mal mal kurz schneiden okay komm mit oh warte zwei zwiebelscheiben steht da und auch zwei Karotten scheiben nicht zu wenig sonst schimpfen sie nachher ich glaube eine ich glaube eine zwiebel ist glaube ich an zwei scheiben ja ja sonst musst du mal wenn die zwiebel geschnitten ist mal mit der maus rauf gehen dann zeigt dir das an wie viele die nicht der stücken sind einer ist vier also dann da weiß ich denn nicht ja ich mache ich mache einfach zwei und ist entweder fehlt hinterher was oder ist es etwas zu viel denn lieber zu viel als es fehlt ja so auch die Karotten Wurstscheiben das ist aber komisch was für eine Wurst gibt es hier extra eine neue Wurst oder ist das die Sucuk diese Würzwurst ich muss mal gucken die Sucuk ja genau die Wurst okay die müssten wir eigentlich haben irgendwo habe ich die noch ja genau Sucuk die Stück so eine Scheibe ist es dann noch okay und zwei Petersilien natürlich die darf hier nirgendwo fehlen diese blöde Petersilie so also Zwiebel haben wir Knoblauch haben wir Fleischbrühe hole ich gleich Milch haben wir auch irgendwo Karotte Wurst und das Zeug gut so rein 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 alles da rein ähm okay Moment das sah jetzt nicht so aus als hätte ich das da reingeschmissen oder doch warte da muss drinnen sein oder hoffentlich sieht so aus als wäre es mir daneben geflogen so Milch irgendwie brauche ich genau da ist Milch das das Sucuk ist drinnen okay da steht es ja so und Fleischbrühe war hier irgendwo ne Hühnerbrühe gibt es noch was anderes ja Hühnerbrühe und Fleischbrühe okay die glaube ich habe ich noch nicht die muss ich dann kaufen gehen da wann gibt es denn Fleischbrühe gibt es die schon lange also ich kenne das nicht anders tatsächlich also seit Wederspielen gibt es die ja hier ah da oben okay und die habe ich die habe ich noch nie gesehen ehrlich gesagt immer falsche Seite ruf die Tür aber ich glaube ich sollte wohnen bei fast 121 Leuten da bin ich noch mal ein bisschen noch ein paar Brezeln und Kekse vorbereiten oder was meint ihr ja so besser wäre ne ja ein paar Stück gehen dann noch da ich mache nochmal das Brezeln okay Petersilie, Wurst, Karotten Milch, Fleischbrühe Knoblauch, Zwiebel okay und das alles kochen dann koch mal los und das wird alles aufs Brot übertragen okay heiß servieren okay na gut dann machen wir das so dann wird das heiß serviert guck mal drauf hier und der mit der Suppe muss das dann wieder in den Ofen tun das mache ich dann und das Brot noch backen im Ofen dann oder vorher soll ich das backen ja nein im Ofen mit der Suppe zusammen okay ja das hatte ich vor so dann einmal nach da ich brauche noch ein paar Teller ach ja ist das Leben nicht schön wenn man alles vergisst wenn man alles wieder von vorne machen muss okay ist die Suppe denn fertig da kommt Freude auf total ja Suppe ist fertig sehr schön so da kommen wir ja 0,2 irgendwie hängen die Karotten schief okay hoppala ein bisschen viel aber das macht gar nichts uh okay da sind nur 0,8 drin da wird sich bestimmt wieder einer beschweren nachher da sind 0,3 drin oh man das war denn doch alles ein bisschen viel oder nur ein Tropfen nur ein Tropfen oi okay ist ja richtig ihr habt ja recht ich mach das Ding mal weiter ah ne kann ausbleiben so und jetzt die Kräfte also irgendwas stimmt hier nicht mit den Dinger okay irgendwie stimmt aber was nicht oder wenn ich den Kram vielleicht doch vorher braten soll backen soll aber der Teig ist schon durch ist alles schon durch und ich hab's gerade erst reingestellt äh aber die Hitze ist nicht gut Zutaten fehlen irgendwas hat gefehlt keine Ahnung was naja wird schon irgendwie passen irgendwie fehlt immer was ja komischerweise hier das ist ziemlich nervig so hä wird es sein dass das Brot schon durch wird wenn die Suppe drin ist ja weil ja ne das sieht sehr komisch aus so was fehlt denn hier hinten jetzt noch irgendwas hatte ich doch noch draufgepackt oder naja genau diese andere Suppe so die Folge ist schon wieder fast rum wir haben noch nicht einmal aufgemacht nur am vorbereiten hier boah das ist echt äh Psychospiel aber das gehört ja auch dazu sonst werden die Kunden ja kein Essen wenn wir nicht vorbereiten das stimmt so jetzt haben wir die Kunden müssen dann halt länger warten ja viel länger na egal so jetzt hole ich erstmal achtmal rote Beete Krähte ja ja so was brauchen wir den Teller hab ich da rausgefahren hast du rausgenommen So, achtmal rote Beete. So, haben wir. Dann, Zwiebelscheiben. Zwiebel sind auch schon wieder weg. Er mobst alles hier aus der Küche raus. So, Wasser. Rote Beete habe ich. Grüne Paprika hast du draußen? Ja. Zwiebel habe ich. Ne, habe ich nicht. Die ist auch draußen. Tomatenmark, Fleischbrühe, Petersilie. Stück. Eins also nur, ja. Okay. So, dann komme ich einmal raus. Wo hast du die Sachen? Hier. Die ganzen auf meiner Ecke. Mhm. So. Das schneiden wir einmal, die Paprika. Oder die grüne Chili halt. Kommt auf mein Tellerchen. So, Zwiebeln. Wo hast du die Zwiebeln? Hier. Wie viel brauchen wir davon? Eine. Okay. So. Tomatenmark habe ich Tomatenmark? Irgendwo habe ich es bestimmt, ne? Was? Weiß ich nicht? Ja, ich auch nicht. Das ist das Gute da dran. Oh Gott. So. Ähm. So, geh du mal hier hin. Vielleicht weiß Wolfi das ja. Ja, ich habe Tomatenmark. Das ist ein Döschen hier. So. Ich habe gesagt, ein Tomatenmark steht hier hinten. Mhm. Bei den Eiern mit in der Schublade. Jupp. So, jetzt brauche ich die Fleischbrühe nochmal. Mal. So. Also. Ach, Sonnenblumenöl fehlt auch noch. Meine Güte. Nee, nicht wegschmeißen. So, haben wir es jetzt. Wasser. Rote Beete. Grüne Paprika. Sonnenblumenöl. Zwiebeln. Tomatenmark, Fleischbrühe. Okay. Kannst du loslegen. Dankeschön. Okay. Ahem. Dann. Gut. So, meine Freunde. Dann, äh. Ja, das war eine gechillte Episode. Nur mit Vorbereitungen. Ohne den großen Krieg am Herd. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge auch wieder. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Wulfi und Dani natürlich auch. Und, ja. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert, was das Zeug hält. Und, äh, vergesst den Abo-Button nicht, damit ihr nichts mehr von diesem tollen Let's Play verpasst. Also, wir wünschen euch was. Macht's gut und ciao. Guten Hunger. Guten Hunger.